Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rotten verteidigen! Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsumwunde zu setzen! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Es fehlt es für uns am Stich! Was ist mit Berlin? Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die da gar nicht mehr existieren! Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann! Jetzt will er, dass Steiner angreift! Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Es ist kein Argument zugehend! Sie wissen sich so gut wie ich! Irgendwas muss getan werden! Wir haben sie verrückt! Wir wollen uns einfach rausschmeißen wie Rundstadt wie Guderian! Ja und? Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ich denke, das ist super cool! Denn es kann Ihnen nutzen! Du hast die Zivilbevölkerung! Und du hast... Ja! Es ist unmöglich, aber sozusagen... Das ist aber... wassit! Na also... Na also... Ich kann die Zivilbevölkerung! Du hast die Zivilbevölkerung! Ich kann die Zivilbevölkerung! Ich kann die Zivilbevölkerung! Fahir im zu verwegen! Das ist nicht so wichtig. Ja, das ist ein Mal. Das war ich, dpa, ich bin. Ich bin ein Tag, meine ich bin. D32, ich bin ein Geil. VIß6 was dafür ge gebrauch. Ich bin ein Geil. Ich bin ein Geil. Ich bin ein Geil. Ich bin ein Geil. Das ist nicht klar, wie man ist es. Ich bin ein Geil. Ich bin ein Geil. Soll ich dieseritschi kann ich dir lernen lassen doch deinen âm But 설�st du noch was? Knisch ich say, ich glaube, den ich bpa, den und er will. Knisch und ichuto Kwaub, den ichILなら zu ihr Eiwe Nee, Arsch, ich bin capacity, okay? habe jetzt einen vier Das ist der Fall. Oh, du bist da. お、いける、撃破しました。これにて戦闘終了です。 さて、結果は、3604ダメージ、6両撃破でMバッチ、軽戦車の立ち回りの参考になる試合でしたな。 総評は上記の通り、機動力や手法はなかなかいいのですが、やはり隠蔽が軽戦車では悪いので、スポットする際とかは気を付けたいですね。 今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。 ご視聴ありがとうございました。